Also wir spielen jetzt Cops and Robbers in Among Us, das ist so ein bisschen Polizei und Diebe fangen, lasst euch überraschen. Willst du getasert werden? Ja, ja, taser mich mal. Ja, oh, oh. Arrest, arrest. Wo ist denn das? Ja, komm, ich hab das. Oh Gott, was ist denn Fabo? Fabo ist einfach eine Farbfläche. Fabi, ich hab Fabi. Oh, das geht super schnell hier, hab ich das Gefühl. Ja, weil das so eine enge Map ist. Oh nein. Fabo lebt scheinbar irgendwie noch. Alter, die ganzen Hits die ganze Zeit, das ist als ob, kennt ihr diesen Wein-Boom-Sound? Dieses Boom. Ich hab, ich hab, Ben, oh, hab Flauschi, hab verfehlt. Guck mal, ich guck mal hier. Admin ist frei. Nein, Ben ist im Prison. Oh nein, er hat sie alle freigelassen. Nee, 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 ist noch drin, ist noch drin. Oh, da ist Fabo. Ich seh ihn. Aber du knaschst mit dir, mein Lieber. Ich seh Fabo, ich seh Fabo. Ich hab ihn. Jawoll. Ist da gerade Ben an uns vorbeigegangen? Nee. Oh, ich bin viel zu schnell. Ja, viel zu einfach. Easy. Easy. Easy, get in the ring. Officer Gambo wieder am Start. Alter. Ja, das ist die beschissene Rolle. Viel Spaß damit. Hau rein, die ist überall. Ich hab einfach paralysiert. Ich kann mich selbst paralysieren? Wie doof ist das denn? Ja, wenn du niemanden triffst, wirst du paralysiert. Elina? Oh nein, an dieser Seilbahn sind die. Na, es geht ab, Kenny. Oh, mein Herr Kleiner. Fabi, warum hast du da nichts gemacht? Der ist einfach an dir vorbei. Ich kann das nicht drücken, weil mein Licht ja dann nach rechts geht, wenn die links von mir stehen. Mann. Es ist alles Fluch. Ja, also Taser ist wirklich... Nein, ich hab hier selbst... Och, Ben killt mich, hä? Was? Ach, wegen dem Taser, ja. Ja, wegen dem Taser. Wie, wegen dem Taser? Ja, wegen dem Taser. Ja, wegen dem Taser halt. Ja, warum redet er mich dann damit killen? Ja, wegen dem Taser. Okay, nice. Nice, nice. Was ist hier los? Elina geht irgendwie durch die Map durch, hä? Ja, ich seh's auch. Das ist wieder Qualitätsware, Alter. Das ist so schmackofatzig. Mann, die kommt da runter. Ihr müsst Calls machen, Leute. Was ist euch denn hier? Da ist jemand Botlane. Ich ping den Missing. Gabo, hast du nicht meine Missing Pings gesehen? Ich seh Flo. Elina ist unten in diesem Labor, wo man da um die Ecke laufen muss, dreimal. Ich krieg ihn nicht. Die ist weggebugt. Man muss so nah sein. Ah, ich hab ihn. Ich seh Flauschi, ja, ja. Aber ich hab noch 5 vor Cooldown. Elina geht von dir. Candy läuft gerade dahin. Candy läuft gerade dahin. Einer muss halt eigentlich an diesem Knopf bleiben, ne? Oho? Ja. Und so Candy nicht einreffen? Nee, ich hab keinen Arrest gerade. Fabo, der Sack. Ja, also ihr müsst halt irgendwie an diesem Knopf hier campen, ne? Ja, aber das ist auch broken, wenn wir das machen, oder? Ja, ich halt ausschaue. Also ich camp jetzt den Button ab. Ja. Na ja, also jetzt hab ich's gecheckt. Also was auf jeden Fall ist, wenn du Leute auf der Leiter gefangen nimmst, dann können sie sich einfach rausfangen. Also nicht auf der Leiter gefangen nimm, das bringt nichts. Ben, wie hast du mich da eigentlich gekillt? Ich hab einfach Kill-Button gesperrt, ich hab dich nicht mal gesehen. Hat die Situation so lustig mit Logo, wo ich aus dem Knast rausgelaufen bin. Ja, Logo guckt zu. Ich renne dann auf einmal durch Wände. Ja, ausgebrochen einfach, ne? Junge, wieso ist Logo jetzt ein Go-Kart? Ich spür hier Mario-Kart. Merkt euch meine Worte, ich werde jetzt Polizist. Handys kann nur einen geben. Oh mein Gott. Wieso Lefty Jam, weißt du denn gar nicht, was man wird? Ja, weil er denkt, dass er jetzt Polizist wird. Verdammt. Ich war noch nicht einmal Polizist, ne? Ich auch nicht, dachte jetzt... Es sind aber immer die gleichen Stellen, ne? Ich glaub, die Diamant... Ich auch nicht... Was müssen wir mit diesen Diamantner jetzt nochmal machen? Nach oben oder unten bringen? Ja, ja, an die Satellitenschüssel. Warte, die müssen mitzählen, zwei, ne? Ja. Drei. Drei, 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 drei. Wie viel brauchen die? Ich hab den vierten im Gepäck. Elinas Kopf. Ich hab Fabo gekillt. Nein! Alter, ich bin mit zwei Polizisten... Nein! Nein! Hab ich abgesufert? Ah, ich bin hier. Wir haben wohl raus, sehr gut, sehr gut. Nioh. Nioh. Logo und Farmer, die waren kaputt. Okay. Ich hab hier so einen Diamanten. Ja, aber lass uns mal frei, oder? Ja, frei, wir müssen frei gelassen werden. Und ich camp nur noch freilassen werden. Ich komme. Ja, ja, ich komme, ich komme. Am besten, wir campen an dem Ding. Ich bin jetzt der Nächste. Ich komm direkt dann hier zu euch. Ich bin drin, ich bin drin. Ich hole jetzt immer alle raus, die reingehen. Nein! 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 Nein, der hat sich rausgebracht. Ich hab noch ein Dir. Ich pack mich schön raus. Ciao, Alter. Hol Flauschi. Ist jemand frei? Flauschi frei? Ist noch jemand im Knast? Nee, gerade nicht. Wie viel haben wir? Ich hab noch ein Dir. Ja, nein, ich bin eingesperrt. Wie viel müssen wir denn insgesamt machen? Zwölf. Ich denk... Oh, Elina ist hier so. Hey, ich hab die Person... Hey, ich wurde freigelassen, obwohl ich's nicht beim Knast war. Ja, weil du reingehausgepackt hast. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Jetzt ist es auch cool. Ich komm. Das Labor-Juwel ist noch. Ich hol euch raus, ich hol euch raus. Elina geht jetzt grad hoch zur Abgabestelle. Jo, Fabi, frei. Achtung, Flo ist irgendwo unter meinem Button. Kann ich jemanden freilassen? Hä? Ich bin aus dem Game geflogen. Ich war auch zu gut Anti-Cheat gekickt. Diese Scheißen-Mod, das kriegt mir die Lerbe. So. Ich bin der Anzeigen-Hauptmeister. Ich bin Taser. Das gibt eine Anzeige. Das gibt aber sowieso eine Anzeige. Das ist für eine Beleidigung. Das gibt eine Anzeige. Das ist ein Falschborger. Der bockt gegen die Fahrtrichtung. Ich kann heute killen. Upsi, sorry. Gott, Leute. Wer hat sich gekillt? Ich hab Flo gekillt. What? Oh mein Gott. Ich bin bei Ben. Ich bin bei Ben. Nein, nein, nein. Er ist ausgewichen. Geht er nach unten? Ich bin ja am Knopf gerade. Wo ist die Gamma hier? Ja, ich hab gar nichts geschafft. Komplett reingeschissen. Warum kann ich sie nicht paralyzen? Jetzt. Ah, ich hab mich selbst. GG. Nein, ich hab niemanden in den Knast gesteckt. Oh nein. Die Range ist so klein jetzt. Man kommt nicht mehr ran. Zum Anzeigen-Megameister. Der Anzeigen-Megameister. Das gibt eine Anzeige. Nein. Ich bin so neben der Spur. Ich krieg hier einfach... Ich kann Ben nicht mal arresten. Komm her. Das ist ein Witz. Captured. Okay, Candy-Sweck. Ich fühl mich wie so ein Scripted-NPC. Ab in den Knast. Oh. Guck mal, ich... Hä? Ich kann dir irgendwie nur... Ich musste ja mal drei Sekunden warten, bis die dann auch wirklich eingesperrt sind. Oh, wir haben fast alle, Leute. Hier, haben fast alle. Gabo. Da sind drei Leute im Knast. Komm schon. Ja, Gabo ist im Klang. Wer fehlt noch? Ben fehlt, glaub ich. Ja, der war irgendwo auf dem Weg Richtung Knast. Die sind zu sechs. Easy fehlt dann auch noch. Wir müssen ein bisschen mehr als den Knopf abcampen, sag ich mal. Okay, ich kann halt nur paralyzen. Mach Außendienst. Ah, da ist jemand auf der... Ja, ja, jemand ist die Zip-Line hoch. Nein, ich hab sechs Sekunden Cooldown. Hier ist Ben, hier ist Ben. Ich bin hier entgegengekommen. Falscher Alarm. Nein. Hä, das backt alles so rum. Das sind Features. Bei den Delivery-Sachen ist niemand. Over. Over, over. Beim Knopf auch keiner. Over. Bei der Zip-Line ist auch niemand. Over. Over. Ich mach mal mehr Licht an. Im Labor ist auch niemand over. Emergency Meeting. Hab mir eingeschissen. Over. Magenkrämpfe? Over. Smarty-Joghurt? Over. Wir haben nur noch 90 Sekunden. Also entweder gewinnen wir auf Zeit oder werden wir easy finden. Kannst du nur kurz hierbleiben im Logo? Ja. Guck mal hier. Äh, Jungs, ich muss aber früher von der Schicht weg. Kaufland hat euch Smarty-Joghurt in der Werbung. Ben ist gerage-quitted. Wir haben also basically gewonnen. Ich werde alle Diamanten klauen. Ich bin immer Dieb. Lass mich doch einmal Polizist sein. Nein, du bist einfach von Natur aus. Die Test nicht bestanden. Du bist kein Polizist. Du bist Anzeigenhauptmeister. Verdammt. Das gibt... Jetzt hat er bei mir geklingelt. Ich schliefe auch gerade ab. Leute, ich bin im Knast. Hol mich hier raus. Ich hab vergessen, dass ich die Diamanten... Hast du das gemacht? Ich bekenne inzwischen alle Spots auswendig von den Diamanten. Ich würde nicht wissen, aber... Jemand muss... Nein, Leute. Ja, Jibbi. Ist Kayser der Ein... Ist das die einzige Rolle, wo Kill auf... Achso. Ich glaube schon, das ist der Einzige, den wir killen können. Der ist gelb. Okay, ich nehme die Zipline. Jibbi. Das hast du mal gemacht. Gambo und Flauschi sind gerade an dem Knopf hier. Also nicht hin, oder wie? Naja, ich meine, du musst hin. Jolo, würde ich sagen. Jolo, über die Zipline. Lass du dich und ich komm nachdenken. Ey, na, das ist ein Witz. Durch drei Wände, durch über acht Meter. Es ist so schlecht. Hab delivered. Ich glaube, ich hab... Big delivered schon. Und bin weg. Und eigentlich nicht mehr viele. Die ist da oben. Pass auf. Ich hab Flo gekillt. Ich hab, ich hab, ich hab. Oh, ich bin auch eingesperrt. Das war's. Aber egal, ich hab abgeliefert vorher. Warte, ist da wer? Oder kann er da? Nee, nee, nee. Das kann er da. Doch, doch, lausch. Die ist ja aber... Ist Mitte, der muss doch von oben kommen. Jolo? Oben oder unten? Jolo? Ich bin eingesperrt. Jolo? Jolo? Hä? Ja, Elina! Weg, Elina, du bist weg. Du bist cool da unten. Nee, nee, nee. Das ist so geil, wirklich. Hey, kann sie dich da... Also, kann sie dich da nicht festnehmen, wenn du am Wasser feststehst? Nee, weil das mit dem Licht halt so backen... Ja, man kann irgendwie nur nach rechts jemanden festnehmen. Nee, wir sind vier Leute hier im Knast und Flauschi kämpft davor. Wir sind fünf. Da in der Ecke ist noch Candy. Achso, die hab ich gar nicht gesehen, Alter. Nein, ich bin der Letzte. Ich stell mich in die Dusche. Ja, das kann sein, stimmt. Und Flauschi kämpft halt davor, ne? Aber wir haben schon sehr viele abgegeben. Kämpft die immer noch da? Ja, ja, ja. Jetzt, 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 geht aber Mitte. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt weg, weg. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Was machen? Wasser? Oder wenden. Hä? Ich mach weg? Du bist der Letzte jetzt Candy. Okay, ja, komm. Nee, Flauschi macht wieder über acht Meter Range. Passt jetzt auf. Das ist völlig krass. Merkst du meine Worte? Merkst du meine Worte? Isis oben, Isis so kämpft jetzt am Spot. Ja, sie guckt diesen Button. Mann, ich will auch mal Polizist sein. Polizist. Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Du hast so einen Verbrecher-Bandy auf. Ja, ohne. Es ist Bandy vor allem. Bandy, Bibi. Bandy. Unter Druck, Ben. Ich bin Druck-Performer. Sag mal einer, ob Gambo da gerade kämpft. Oder irgendjemand gerade kämpft. Flauschi ist gerade am Knopf. Ist sie am Knopf? Ist sie am Knopf? Nein, nein, nein. Doch, sie kommt jetzt wieder. Sie kommt jetzt wieder zum Knopf. Fabo. Wir haben noch über zwei Minuten. Fabo ist christ. Oh, nee. Ich bin frei. Holt Dias, hol Dias, ich befreie alle. Ich hab einen, ich hab einen. Hier holt Dias, ich befreie alle, komm. Ich befreie auch noch rein. Come back, come back, come back. Flausch ist hier, flausch ist hier. Easy's an den Leitungen. Nein, komm. Ja, boah, 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 boah. Ey, wie viele Diamanten brauchen wir noch? Raus mit Dias. Das ist die beste Runde meines Lebens. Keine Ahnung. Ich will nicht pushen, aber ich hab euch alle freigelassen. Das war nicht. Mich nicht. Ich will nicht pushen, Leute. Wir sind zu dritt, jetzt sind wir zu viert im Knast. Wir sind genau da, wo wir Angefahr gehabt. Ich bin wieder frei. Aber Farmer hat abgeliefert. Nein. Ich geh jetzt in Polizei schon. Passt auf, das wird's jetzt. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Das wär so geil. Aber ich werd jetzt Polizei gehen. Bin Officer? Doch nicht. Polizei. So nicht. Ich hol direkt die, die weit weg sind. Ja, und ich werd direkt reingeschwert. Ja, ja, ja. Ich versuch dich direkt rauszuholen. Ich weiß ja gar nicht, wo die sind. Es ist, denke ich, wichtig, dass wir direkt Leute immer rausholen, damit das sich gar nicht unstackt. Ja, ja. Das Stacken ist gefährlich. Raus. Kuss, Logo. Kuss, 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 kuss. Am besten wir haben zwei Leute, die da campen, oder? Ja, ja. Ich camp da, ich camp da. Easy, easy, easy. Zwei Leute, die beim Wiederbeleben campen. Ich hab gar keinen, gar keinen Juweler, muss aber trotzdem was abgeben. Das macht ja gar keinen Sinn. Easy, weil wir glaube ich beide da rumgespammt haben auf den einen, wirklich. Ah, deshalb. Ich hab einfach einen abgegeben und scheinbar. Ist jemand eingesperrt? Wir bringen zwei Dias hoch. Ich geh hier rein. Ich befreie euch, ich befreie. Hier oben ist noch einer. Habt ihr den oben schon? Ah, die habt ihr noch nicht. Nee. Farber hat sich selbst getasert. Warte mal, wenn du da taserst, kann man ihn doch killen, oder? Ja, ja. Eigentlich schon, aber ich konnt's grad nicht. Ich hab ihn gekillt. Okay, na gut, da ist der nicht. Dann kann er jetzt an seinen Kühlschrank gehen. Hier ist einer, hier ist einer. Hab einen. Nein, Flo hat einen. Hab dich doch, Ben. Ich bin rausge... Aber ich bin auch rausgebackt. Oh nein, Flo ist hinter mir. Elina ist hinter mir. Instant release. Nein. Aber ich wurde auf der Leiter gecatcht. Geil, 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 geil. Logos frei. Hä? Weil mir bangt das komplett. Hä? Ja! Dadurch, dass ich zurückgepackt, wenn ein Candy mich irgendwo hin durchsettelt. Ich hab dich aber Lo-Trollt.